Wir haben heute ein paar Mal genannt worden, oder? Was willst du? Weisst du, was würde mich wundern? Was? Wer vom Team würdest du nicht deine Tochter daten lassen? Ich bin ein bisschen weg von einer Tochter. Wer nicht vom Team? Ja, der Rodi. Rodi, ja? Ja, der Rodi. Welche Überlegungen? Ja, es ist wieder die Zeit. Aber frage ich dich auch noch? Wer vom Team? Die Schüsse. Ich glaube, ich habe viel Erfahrung. Schüsse. Schüsse? Oh, schon weit oben Schüsse. Ich weiss nicht. Ich sage es nicht. Warum, oder was? Schüsse. Schüsse? Oh, Schüsse. Schüsse ist schon ein paar Mal gewählt worden. Wieso überrascht das nicht? Zoe weiss eigentlich alles. Ja, eben, darum mache ich nicht mit. Zoe, die Kamera läuft. Komm Zoe. Hä? Kein Kommentar. Komm jetzt. Wo ist es denn? Ja, sowas. Frage. Wer vom Team würdest du nie deine Tochter daten lassen? Ähm, meine Tochter? Ich dachte ja, wer wäre nicht. Marco Edermatt. Er ist zu bekannte, es wäre gefährlich für meine Tochter. Okay. Zerattern. Oh, fuck. Ähm. Alle zusammen. Keine, oder? Ja, ich glaube, du schüsst den. Doch. Das ist aber schnell gekommen. Ja, wenn ich wirklich ehrlich sein wollte. Ja, da ist Gino Gabiezel gesagt. Aber er wäre böse auf mich. Darum sage ich einfach nicht. Hallo, du untergattest Gino. Was ist los? Ich glaube, mit dem, der noch gerade geredet hat. Ja, das ist... Ja, das ist... Scheisse, oder? Da hätten wir zu viele Fantasien. Ja. Ja. Wer vom Team würde schon nicht in meine Tochter daten lassen? Du musst lange überlegen. Die ganze Weise. Die ganze Weise. Halt mich da hin. Joshua Meta. Bauchgefühle. Sag Bauchgefühle. Wir haben ein sehr braves Team, muss ich sagen. Sehr viele Freunde und so. Okay. Ich muss jetzt aber sagen, er ist wahrscheinlich Arno Boassi. Wirst du nehmen? Ja, ich will gleich Arno Boassi. Der Arno Boassi. Ah, der. Ja, ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen ein Schling, was Frauen anbelangt. Das ist noch eine schwierige Frage. Ich glaube, der Arno Boassi. Ah, doch. Dein Name wurde schon gewählt. Was? Weil... Ich möchte dich fragen, wer vom Team würdest du nicht deine Tochter daten lassen? Das ist eine schwierige Frage. Okay. Von Welkom Team hier denke ich. Ja. Gino. Gino? Ah ja. 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 Ah ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020